Es gibt vielfach widersprüchliche Berichte, wie es um die natürliche Kräfte der brutalen Lefthans-Jünger Orons bestellt sei. Während manche ihnen schier unglaubliche Zaubermacht zuschreiben, behaupten andere, dass sie nicht mehr als gewaltige die Getölpel seien. Die Wahrheit scheint irgendwo in der Mitte zu liegen. Bei den allermeisten liegen wohl wirklich keine außergewöhnlichen Kräfte außer ungewöhnlicher Selbstbeherrschung gegen Schmerzen vor. Doch existieren zuverlässige Berichte, dass sie einzelne aus ihren Reihen in tierhafte Mannwider verwandelt könnten, die riesenhaft und unverletzlich seien und Lefthans-Söhne genannt werden. Wenn das stimmt, mag es sich um eine dämonisch verursachte Variante der Lykantropie handeln, die eventuell besonders eifrigen Kultisten als Form der Belohnung gewährt wird. Analyse der Spektabilität Oleront von Gareth Rothenfels Schule der Austreibung zu Pericum dem sagenhaften Kunchum auch Sorygan erreichen könnte. El Burum, die weiße Stadt, ist sittenlos geworden und macht Handel mit den Geschuppten aus Elem oder aus Vayat, so sagt man. Man bräuchte endlich wieder einen neuen Rashtula-Sheikh oder einen Balad-Kelevatan, wie sie so sagen, der sich der sagenhafte Krieger der Erwäscher gegen die Echsen stürzt. Die Pferde deiner Freundin wurden zu Ziegen, wie sie dann gegen die Stadt entgegengetrieben worden sind, zum Fest, zum Gründerfest. Immer wieder war die Rede vom Freudenfest vom Gründertag, der von Bosparan ausgegeben wird. In Yerkesh die neuen Sitten, die die Bosparaner wohl mitgebracht haben. Über dir konntest du das schmerzhafte Pochen der Satina-Linie wahrnehmen, auf die du dich eingestimmt hast. Und dann, nach einer merkwürdigen Reise, erreicht ihr Yerkesh eine letzte Biegung um den Baron Ule und sie taucht vor euch auf. Ah, endlich da. Sagt mal, habt ihr auch die ganze Zeit diese Stimmen gehört? Stimmen? Nein. Abelmir, was ist los? Außensweise nicht. Merkwürdig. Ob es wohl mit dieser Kraftlinie zusammenhängt? Die Kraftlinie spricht auch nicht zu euch, Abelmir. Das ist absurd. Nein, aber... Ihr habt doch einen Zauber gewirkt, nicht wahr? Hält er noch an? Nun, ich habe ihn in meinem Zauberspeicher gewirkt. Er dürfte ruhen. Vielleicht nicht, ihn nicht auslöse, aber ich freue mich auf diese Kraftlinie eingestimmt und, nun ja, vielleicht denkt es zusammen. Ja, sie plappern eh noch unnötiges Zeug von uralten Ereignissen. Abelmir, wenn ihr wollt, ich kann euch gerne einmal in den Kopf schauen und... Nein, danke. Wir sollten ausschließen, dass ihr an einem Yelarizel aufsitzt. In der Tat, in der Tat. Und so ein kleiner Blick in eure Gedanken... Nein, doch zuerst was. Nun, wenn das nicht zu belastend ist, vielleicht mag es uns noch nützen. Möglicherweise. Nun, wollen wir einmal schauen, was es dort gibt. Oh, da sind ganz viele Wümpel. Schaut einmal. Hm. Da sind uns wohl einige Leute zuvor gekommen. Ich muss gestehen, mit einem solchen Aufgebot hatte ich nicht gerechnet. Seht die prächtigen Zelte. Es erscheint mir, als würde dies unsere Aufgabe hier verkomplizieren. Nein, nein. Wieso sollte es unsere Aufgabe hier verkomplizieren? Nun, dies scheinen eine Menge Leute zu sein, die im Weg sein könnten. Ihr dürft gerne mal eine Heraldik-Probe würfeln. Nö. Ich hab keine Heraldik. Ich hab keine Heraldik. In einem Anfall braucht man keine Heraldik. Da hältst du dich einfach an den mit dem dicksten Geldbeutel. Ich bin Zwerg. Ich hab das nur, um Erhabene auseinanderzuhalten. Ist doch ganz einfach. Hat er einen Mörder auf dich angesetzt, dann ist es nicht deine Erhabene. Soll ich eine Klugheitsprobe würfeln? Ja, Klugheit plus sieben ist okay. Dann Klugheit plus vier, nur noch mit gutem Gedächtnis. Was Diamantes auf alle Fälle erkennen kann, ist das Wappen von Palmyra-Bat. Das erkennst du ohne Probleme. Aha, ich hab nur 20 gewürfelt auf Klugheit. Ist das... Das sind auf jeden Fall Aranier. Dieses Wappen erkenne ich. Das waren die Männer von Rascha und die Frauen haben dieses getragen. Nein, das sind Al-Anfana. Guck doch mal, das ist doch ganz offensichtlich. Zulamina erkennt das Hauswappen derer von Zorgan, vor allem das Hauswappen von Sybia al-Nabab, mit der mondsilbernden Stickerei. Also sie als Vorsitzende der Madabasari hat dann das dementsprechende Wappen gewählt. Sie muss also anwesend sein, wurde auch noch andere Wappen aus dem Hause von, ja, Zorgan, Aranien. Du hoffst, dass nicht Eleonora da ist. Du kannst wohl einen weiteren von Ravennes erkennen, das wohl aber auch nicht Eleonora zu sein scheint. Aber trotzdem, irgendjemand von Ravennes muss da sein. Das erscheint die mondsilber-Sultaner zu sein. Aber das andere, es ist auf jeden Fall Ravennes. Ich hoffe, dass nicht Eleonora hier ist. Das wäre dann nicht gut, ja, aber du hast recht. Ich hatte beim letzten Mal nicht den Eindruck, dass sie mich besonders gut leiden kann, auch wenn ich nicht sicher bin, warum. Nur nichtsdestotrotz müssen wir dort vorstellig werden. Es gebietet die Üblichkeit. Aber bei mir, du hast ein Déjà-vu. Diese Unterhaltung hattet ihr doch bereits. Ihr hattet doch bereits sämtliche heraldischen Symbole identifiziert. Irgendwas ist hier komisch. Wir waren schon einmal hier. Genau, eine solche Gesellschaft hier auftritt, in dem wir nach einem, sagen wir, verfänglichen Asset-Fakt suchen, kommt mir auch nicht wie zu Fall vor. Nein, das meinte ich nicht. Ich glaube, wir waren schon einmal hier. Wir hatten die Unterhaltung schon einmal geführt. Ja, aber mir kommt das auch so vor, als würde ich dieselben Unterhaltungen mit euch wieder und wieder und wieder führen müssen. Aber ich versichere euch, dies geschieht zum ersten Mal. Das liegt daran, dass ihr so verliebt in eure eigenen Worte seid. Hatten wir... Einer muss ja schließlich gewillt sein, die Stimmen der Weisheit zu vernehmen. Nun, das bin ich. Hatten wir... Hatten wir euch den Beschluss gefasst, Raspartaner aufzusuchen? Weil es ein naheliegender Grund für unser Hiersein sein könnte? Ihr glaubt wirklich, dass sie hier ist? Und dass das nicht nur an ihrer Männer dort unten sind? Nun, wenn ihre Männer hier wären, dürften sie kein Wappen mit sich führen. Zumindest nicht ihr Wappen. Und dort erkenne ich einen Barburiner Wappen. Scheint der Bruder der Emira zu sein. Hast du das Gedicht fertig geschrieben? Du könntest sie damit überraschen. Ich habe das Gedicht schon vor Monaten abgeschickt, Bolltags. Aber die... Das Dück Schokolade habe ich nicht hier. Und auch die Stiefel, die ich in Kunshom gekauft habe. Hast du die Stiefel nicht mitgenommen? Nein, wir kommen vorher noch zum Schiff, bevor wir nach Zorgern kommen. Aber wir konnten ja wirklich nicht ahnen, sie hier anzutreffen. Ich hatte sie in Palmyramis vermutet. Vielleicht ist sie ja noch nicht. Tatsächlich gar nicht hier. Vielleicht ist hier alles ein Fehler. Ich weiß noch nicht, ob ich bereit dafür bin. Ach, die Frage ist doch, warum sind sie hier? Naja, vielleicht können wir ja noch einen Hirsch oder sowas schießen. Was isst ihr denn gerne? Ihrer Figur nach alles. Das habe ich auch gedacht. Also, das ist jetzt nichts Verkehrtes. Sie ist kein Kostverächterin. Ich denke, es kommt auf die Zubereitung an. Naja, aber warum die Arschlöcher hier sind, ähm... Da werden wir sie fragen müssen. Aber, ja, Mantis, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, weil ihr kein Geschenk mitbringt oder so, dann... Vielleicht können wir es ihr so verkaufen. Wir sagen, wir waren in der Nähe und wir haben gehört, dass sie hier lagert und wir sind sofort hierher geeilt. Ja, ja, sofort hierher gehalten, aber mit leeren Händen. Ich meine, jetzt können wir sowieso nichts mehr draus machen. Ich muss mich zusammenreißen und hier gegenüber treten. Es wird schön sein, diese lauschigen Wangen wieder zu sehen. Oh ja, ich kann das verstehen. Diese Sehnsucht, die dich quält. Ich kenne das immer, wenn ich Jean-Croix Minier nicht sehe, dann... Aber das ist auch so lange her, Boltax. Wir haben uns nur für einen Tag gesehen und jetzt... Vielleicht hat sie mich falsch in Erinnerung oder... Vielleicht ist der Funke ja auch schon wieder verflogen. Aber, aber, aber... Diamantis, hat dein Herz einen Sprung gemacht oder nicht? Also, es hat sich schon ganz normal angefühlt. Vielleicht ein bisschen mehr geklopft, aber... Entsprung gemacht. Sieht ja, es hat geklopft. Also, das ist doch ein sehr gutes Zeichen. Dann bist du in sie verliebt und sie ist in dich verliebt und ihr werdet glücklich miteinander sein. Das ist doch ganz offensichtlich. Habt Vertrauen in die schöne Göttin. Sie meint es gut mit euch. Die Liebe auf den ersten Blick ist ein seltenes und kostbares Gut, das euch beiden zuteil geworden ist. Ich bin sicher, sie wird nicht einfach so verflogen sein, nur weil ihr euch einige Zeit nicht gesehen habt. Naja, eigentlich hat sie ja zuerst nur Frau Fim geblickt. Ach, das war doch nur, weil die Maharani Schahi ihn nach vorne geschoben hat und als Bräutigam eingepriesen hat. Naja, außerdem bin ich auch größer als du. Vielleicht hat sie dich noch gar nicht gesehen. Richtig. Wir können da sicherlich etwas machen. Wenn du möchtest, da helfe ich mit etwas Magie nach. Während ihr euch unterhaltet, könnt ihr sehen, wie wohl von der Stadt Jarkersch, die doch einige Häuser umfasst, einige Reiter in eure Richtung aufgebrochen sind. Oh, da kommen Pferde. Und was auch immer wir tun, man hat es bemerkt. Gut, Zulamin lenkt mal ihr Pferd an die Spitze der Gruppe und erwartet diese Reiter. Ja, nach ungefähr zwei Minuten sind sie dann bei euch und sie halten dann, heben die Hand zum Gruße. Ihr könnt dann auch Wappen sehen, dass es wohl um fürstliche Regimenter sich handelt. Irgendwie was mit einem Berg drauf, höchstwahrscheinlich vom Rashtulz, weil... Oh, seid gegrüßt. Im Namen der Raya. Seid gegrüßt. Ihr wurdet bereits erwartet. Kommt ran, kommt ran. Sämtliche Festivitäten wurden bereitet. Wir haben gehört, ihr seid der Mann der Stunde. Wer schickt euch? Die Sultana. Sieht ihr? Sie hat euch nicht vergessen. Ähm, aber woher weiß sie denn überhaupt, dass wir hier sind? Das müsst ihr sie fragen. Es ging dann plötzlich alles ganz schnell und wir sind aufgebrochen. Von Palmyramis hierhin, ist es doch gar nicht so weit. Äh, was genau meinst du denn, wenn du sagst Mann der Stunde? Äh, ihr sollt heiraten. Freund. Heute? Ähm, ja, heute Abend. Eine Hochzeit, das ist ja fantastisch. Oh, Diamantis, du wirst heiraten? Hast du mir nicht davon erzählt? Der Bund der Raya, ja. Nicht der Travier. Nimm nur, dass wir uns nicht missverstehen. Ja, ja, nein, natürlich. Voltax, es tut mir leid. Ich hätte dich ja eingeladen, aber ich habe gerade erst davon erfahren. Ja. Wenn ihr mögt, sie hat tatsächlich ihre anderen Bettgespiele mitgebracht. Ihr könnt sie auch kennenlernen. Das sind vernünftige Männer. Äh, in dem Fall nehme ich deine Einladung selbstverständlich an, Diamantis. Ähm, wer ist denn der Bauzeuge, um diesen Raya-Bund zu bekräftigen? Brauche ich einen Trauzeugen? Zolamin, brauche ich einen Trauzeugen? Na, wenn ihr möchtet. Es ist euer Freudentag. Ja, während ihr euch unterhaltet, holt er von seinem Gürtel ein abgeschnittenes, irgendwie so ein Horn heraus, vielleicht so von einer Ziege oder ein bisschen größer, und bläst dann einmal hinein, um euch anzukündigen, während ihr dann gemeinsam auf den Pferden heranreitet. Und dann könnt ihr sehen, wie zahlreiche Fackeln entzündet werden. Ihr hattet recht, das wird immer seltsamer. Hm. Ich nehme also an, dass ihr nicht der Sache zu tun habt? Oh nein, ich würde niemals eine Hochzeit in die Wege leiten, ohne dass der Beteiligte etwas davon weiß. Und dann wüsste ich gern, wer es getan hat. Und in Anbetracht dessen, dass wir doch einigen Wert auf Geheimhaltung gelegt haben, die einzigen, die die Information hätten weitergeben können, waren die Töchter Niobaras, oder? Aber ich wüsste nicht, was sie mit Raspartana zu tun haben sollten. Wir müssen wohl aus der Situation das Beste machen. Ja, Zolamin nickt uns. Wartet weiter. Ich winke derweil freudig allen Fackelträgerinnen und Fackelträgern und freue mich, weil es heute Abend eine Hochzeit gibt und Voltag ist ein sehr positiv eingestellter Zwerg. Ich spucke kräftig in einen für mich vermeintlich ungesehenen Augenblick in meine Hände und versuche nach mir irgendwie meine Haare zu richten. Ohne zu viel Aufsehen zu erregen. Ja, wenn ihr einreitet, könnt ihr dann noch wohl sehen, wie einige Kinder nach außen auf die Straße getreten sind und dann irgendwelche Rosenblätter auf den Pfad vor euch streuen, sodass ihr dann der Hauptstraße entlang folgen könnt, bis ihr dann an einem großen, also mittleren Palast steht, der doch für eine Sultana oder für eine Beiruna doch angemessen ist und könnt dann davor verharren. Und wie gesagt, um euch herum, im Prinzip ist ganz järkisch auf den Beinen, da zahlreiche Fackeln, irgendwelche Blütenträger, alle sind irgendwie am Musizieren, am Singen, es riecht nach leckerem Essen, irgendwelche Feigen oder Datteln, die euch gereicht werden, irgendwelche Ziegenmilch, die euch da wohl auch aufs Pferd hochgereicht wird, die wohl noch warm ist und ja, alle haben wohl richtig gute Laune und scheinen zu wissen, wer ihr seid und woher ihr kommt. Das wird immer seltsamer hier. Ich schlage vor, dass die Herrschaften nichts anfassen, was Speisere Getränke angeht, ohne es vorher zu überprüfen, hm? Heute haben Sie, Herr Pentilio, das ist meine Hochzeit. Willst du mir jetzt sagen, ich kann hier nichts essen? Oh, diese Datteln sind sehr lecker. Also, ich habe schon drei Stück gegessen. Oh nein, ich sprach mit Abelbier. Ach so. Hm, ich glaube nicht, dass wir uns vergiften. Gebt mir eure Pferde, wenn ihr mögt. Wir werden uns darum kümmern. Könnt einfach absteigen. Wir sorgen uns dann einfach darum, alles. Ihr seht, er ist sehr beteiligt, wenn ich von seinem Pferd hinabschau und, wenn ich hilfesuchend umsieht, dann bin er vom Pferd hinabschau und er scheint abzuwägen, ob er ihn umbringt, wenn er da jetzt runterfällt. Jo, soll ich dir helfen, alter Mann? Äh, wenn ihr das schon anbietet und es keine Umstände machen solltet, äh, ja bitte. Ja, gib mir mal eine Reitenprobe, minus drei. Auf ihm hilft dir. Darf ich auf Etikette würfeln, um ihm richtig zu gucken, dass ich da ja auch richtig die Handwerke halte. Ja, du darfst, du darfst auf Etikette würfeln. Ich habe Reiten nicht, auf was leite ich das ab? Könntest du vorher schon? Klettern, klettern, oder? Hm, klettern plus zehn. Ja, klettern ist... Plus zehn, ist das nicht plus fünf? Ne, plus zehn, das ist so weit voneinander entfernt. Okay, dann geht es für mich, dann geht es für mich in der Tat auf plus minus neun, wenn der Dreier erleichtert ist. Du kannst doch auf Körper, Körperkraft, plus sieben sein. Aber schaut euch das an, Rapine ist so gut in der Etikette. Oh, gerade so. Ja, gut. Ich steige von Schnabel mir ab und gebe seine Zügel an die nächste Person. Ja, während ihr dann nach und nach von den Pferden steigt und tatsächlich euch auch eine dicke Reihe Geweite entgegenkommt, die dann auch zunächst auf Zulamin zutritt, sich kurz einmal vorstellt mit dem Namen Sulcha. Anhand ihrer Figur kannst du wohl auch erkennen, dass sie aus Palmyramis wohl mitgebracht worden ist. Ja, nimmt sie euch dann die Pferde ab, gemeinsam mit den anderen Leibwächtern oder generell den Wächtern, die dann hier mitgebracht worden sind von dem Regiment Rashtulswall. Könnt ihr wohl erkennen, wie zwei weitere Personen die Treppe des Bayruns Palastes hinunterkommen. Und zwar eine Unbekannte, die wohl die Emira hier zu sein scheint. Aufgrund der Kleidung und den Wappen, der Symbolik, wohl eine silberne Katze, die sie überall trägt an ihrer Gewandung, was dann für das Haus Jarkesh steht. Und eine Person, die ihr kennt, die ihr zwar lange nicht mehr gesehen habt, aber es ist Sybier Al-Nabab, die gerade in all ihrer Würde die Treppe nach unten steigt und euch dann hier wohl willkommen heißt, gemeinsam mit der Emira. Zulamin verbeugt sich sehr tief vor der Mondsilber-Sultana. Erhabene Mondsilber-Sultana der Sherika Al-Mada-Basari. Es ist mir eine große Freude, wenn auch eine Überraschung, euch hier anzutreffen. Ah, Vizier Zulamin. Schön, dass ihr hier seid. Erkenne ich die Emira? Äh, nee, die hast du, oh, ähm, du warst ja eine Zeit in Aranien. Warst du auch in Jarkesh? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, nein, war ich nicht. Also ich habe die Kulturkunde, aber ich war nicht in Jarkesh. Dann begrüße ich sie einfach höflich als Emira. Mhm. Ja, sie gibt dir dann auch die Hand, sieht so ein bisschen so aus, äh, kannst mal auf Menschenkenntnis würfeln. Also sie stellt sich vor, Emira Banasir. Und, äh, ja, so wird dann auch, äh, Sybia, äh, von den anderen, äh, zu euch herantreten, beziehungsweise dann auch als letztes Diamantis die Hand geben. Der Mann der Stunde. Tatsächlich, er ist hier. Ja, hätte man mir früher Bescheid gesagt, wäre ich vielleicht auch früher hier gewesen. Nun, äh, aber ihr seid ja gekommen. Ähm, ich bin zwar etwas überrascht, dass dies dann doch alles so sehr schnell ging, aber, äh, wenn ihr dieser Hochzeit zustimmen wollt, dann, äh, nun, ich werde mir gerne eure Geschichten anhören von euren Heldentaten. Ähm, ihr habt ja einiges an Aufsehen erregt. Vor allem in der Madabasari. Oh ja, ich habe ein Büchlein gedruckt von unseren, äh, Heldentaten, äh, in Kunshom. Das, äh, das, äh, habe ich irgendwo im Moment, ähm, ähm, äh, hier, bitteschön, äh, eins ist noch da, äh, sogar mit Autogramm von mir. Wer hat denn diese prächtige Hochzeit organisiert? Ähm, nun, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ich glaube, dass es, äh, der Sultan Assad Ibn Merkan war, also der Bruder der Eleonora. Damit erweist er uns eine große Ehre. Ich nehme an, ihr kennt ihn nicht Diamantus? Äh, nein, keine Ahnung, das ist es. Nun, dann muss er es wohl aus Verbundenheit zu Rasputana getan haben. Nun, höchstwahrscheinlich. Zumindest wurden einige Verbindungen requiriert und wir sind dann aufgebrochen vor grob zwei Tagen. Es hieß, ihr würdet rechtzeitig eintreffen. Äh, sag mal, ihr könnt mir doch sicherlich sagen, wie groß der Harem von Rasputana bisher ist. Äh, ja, äh, die Männer sind tatsächlich auch anwesend. Äh, ich habe sie kennengelernt. Es sind zur Zeit vier. Vier. Und die sind hier sicherlich irgendwo um eins der Zelte, falls ich mal mich mal mit denen unterhalten will. Äh, ich glaube, zur Zeit sind sie, äh, an der Seite, ähm, der Emira. Dabei deutet sie einmal auf die andere Person, die gerade runtergestiegen ist, ähm, und, äh, ich glaube, sie essen etwas. Wenn ihr mögt, wenn ihr Hunger habt, könnt ihr selbstverständlich auch eintreten. Ich wollte euch nach dieser langen Reise nur einmal persönlich begrüßen, da es doch schon einige Zeit her ist, dass wir uns unterhalten hatten. Mein Enkel ist übrigens auch hier. Oh, das ist sehr schön. Nun, dann, wollt ihr euch, äh, erst einmal erfrischen oder wollt ihr direkt, ähm, die anderen kennenlernen? Wie hättet ihr es gerne? Eine kleine Erfrischung wäre gut. Habt ihr, könnt ihr uns auch Kleider anbieten? Wir sind ein wenig staubig von der Reise. Äh, ich persönlich nicht, aber ich, äh, denke, dass, äh, Sul-Schar euch sicherlich etwas geben könnte. Äh, der Raya-Tempel ist gleich daneben. Nun, äh, dann lassen wir uns, äh, doch darauf ein, den Bräutigam zurechtzumachen, nicht wahr? Nun, gerne, gerne. Dann, äh, sie deutet einmal auf das, äh, Nebengebäude des Palastes. Und, äh, ja, könnt ihr auch sehen, wie da wohl die etwas dickliche Reiergeweide, gerade mit den Pferden, äh, hinter dem, äh, irgendwie so ein kleiner Stall verschwunden ist und die dann, äh, dort nicht anbindet, aber auf so eine Wiese bringt. Und mit meinem Reitstrauß. Und mit einem Reitstrauß, schnabel mir. Ja. Nun, ähm, Diamantis, dann kommt mit, ähm, wir müssen noch einige Sachen vorbereiten, wenn ihr heute wirklich heiraten wollt. Und ich denke, der Raya-Tempel ist genau der richtige Ort, um einen Bräutigam präsentabel zu machen. Also, äh, irgendwie scheint mir das Ganze hier ein wenig komisch. Man kommt auch nicht einfach an eine neue Siedlung und, äh, ja, bekommt dann gesagt, dass man heute heiratet. Wo, wo ist denn euer Hochzeitsstein? Nun, ihr seid mächtige Helden und Raspartaner scheint tatsächlich, ähm, nun ist wirklich wichtig gewesen zu sein. Diamantis, wo, wo ist denn euer Hochzeitsstein? Mein was? Der Hochzeitsstein. Oh, äh, Baltax, sag mir nicht, dass das noch was ist, was ich, äh, vergessen habe. Oh, äh, er scheint wohl ein Zwergschab drauf zu sein, und das geht doch nicht für Menschen, oder? Es ist selbstverständlich, der Hochzeitsstein ist wichtig. Ähm, aber, keine Sorge, das kriegen wir alles hin. Nun, also, Diamantis, der Hochzeitsstein ist ein ganz elementares und wesentliches Merkmal, um eine gute Eheschließung vorantreiben zu können. Äh, ihr braucht einen Stein, auf den ihr eure Ehe aufbaut. Nun, äh, quasi das Grundgerüst, äh, das Fundament eurer Ehe. Und, äh, dieser Hochzeitsstein, in diesen graviert ihr euren Namen ein. Und dann nehmt ihr diesen Stein und brecht ihn und kriegt dann jeweils den Namen des anderen. Und diesen tragt ihr in einer Kette um euren Hals. Das, äh, ist doch... Macht ihr das nicht? Nein. Nein, aber das hört sich ziemlich zwergisch an. Ja, ja, das ist, ähm... Also, wenn ihr, wenn ihr das... Wenn ihr etwas, ähm, besprechen mögt, ich bin gemeinsam mit den anderen im Bayruns-Palast und, äh, macht euch erstmal etwas frisch. Wie gesagt, ihr werdet sicherlich dort alles finden, was ihr mögt, und wir warten auf euch, ich werde euch ankündigen. Natürlich, entschuldigt uns. Wir werden in Kürze zu euch stoßen. Gerne. Ja, sie, äh, deuchtet eine Verbeugung an, dreht sich dann nach oben, äh, dreht sich dann einmal um und schwebt dann die Treppen wieder nach oben. Julamin kramt in einem Beutel herum. Wenn euch das mit dem Hochzeitsstein Sorgen macht, könnt ihr euch den hier anbieten? Und, äh, sie zieht einen Amethyst aus dem Beutel, also den heiligen Stein der Raya. Oh, das ist ein sehr schöner Hochzeitsstein. Könnt ihr den nehmen? Das sieht vor allem ziemlich teuer aus. Es geht. Es gibt teurere Edelsteine, aber diese ist der schönen Göttin besonders lieb. Sie wisst schon, dass er zerbrochen werden muss. Nun, keine Sorge, ich, äh, kann eine Sollbruchstelle einarbeiten. Ich bin sicher, dass er beim Bolltags in den besten Händen ist. Oh, kommt, lasst uns erst einmal den Staub abwaschen. Ich gebe Diamantis den Stein. Aber der etwas hat, woran er sich festhalten kann. Was er auch gerade dringend braucht. Ja, wenn ihr dann den Raya-Tempel betretet, könnt ihr euch direkt am Eingang erst einmal waschen. Dort gibt es ein kleines Passant, wie das eben so üblich ist. Vor allem in den Tulabiden landen. Könnt dann eure Schuhe ausziehen und in dieses duftende Wasser steigen. Ja, euch erst einmal grob reinigen und dann weiter nach innen treten, wo es dann weitere Reinigungsmöglichkeiten gibt. Zulamin fällt wohl auf, dass es hier besonders viele Ziegenstatuen gibt. Und auch zwei, drei Ziegen im hinteren Teil des Raya-Tempels stehen, die dort nicht angebunden sind. Aber die da wohl sich streicheln lassen von irgendwelchen Besuchern. Von vor allem gerade Kinder. Trotz der späten Uhrzeit. So grob die 18. und 19. Stunde. Das reicht zwar noch nicht, dass die Kinder ins Bett müssen. Aber, ja, die stehen auch trotz der Uhrzeit jetzt gerade hier drin. Und dann streicheln die Ziegen gerade mit irgendwelchen großen Bürsten. Es scheint, als würde man hier dem Raja so eine Läftern besondere Erbietung entgegenbringen. Entweder das oder... Nun, ihr erinnert euch, was ich in Elborum sagte. Ich schaue besonders Abelmir und Raphim an. Ähm, ja, natürlich erinnere ich mich. Ja. Abelmir. Ja. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen? Ja, war ja klar, dass nur er es vergessen wird. Dann kannst du mich ja aufklären, Raphim. Och, ich will Zulamin ja nicht ins Wort fallen. Ich verstehe. Ähm, Zulamin senkt die Stimme und meint, nun, es gibt einen gewissen ikonografischen Überschneidungsbereich zwischen Läftern und einem gewissen Dämon, zu dem uns Serpentilio sicher mehr sagen könnte als ich. Zulamin. Zulamin.